Herzlich Willkommen Leute zu Minecraft Techity Town und ich habe mir überlegt, ich darf euch ja nicht im Ungewissen lassen, habt ihr euch gefragt, hey warum kam jetzt ein paar Tage keine Folge mehr, das ist ganz easy, beziehungsweise, entschuldigung für die neue laute Tastatur, ich mag den Sound, aber ich bin da eher von Fan von Musikleiter sagen, es könnte manche Leute, könnte es auf den Sack gehen, mir leider nicht, ich finde das ganz cool, was ich euch eigentlich sagen möchte, ich hatte jetzt den Debitorn nochmal gefragt, wegen Aufnahmen und so für Techity Town und wir werden auch sicher noch TechTorn aufnehmen, ich hoffe morgen war das vielleicht was geplant, ich bin mir nicht 100% sicher, auf jeden Fall ihr wisst ja wegen meinem Advanced Calendar und meinen Streaming Projects und all dem Kram, der momentan nebenbei läuft, also was heißt nebenbei, das frisst unglaublich viel Zeit, die Talkrunden, da muss man auch erstmal irgendwie die Zeit für finden, um da so viel aufzunehmen, dann das Projekt war es für euch, müsste das sozusagen zeitgleich gekommen sein, wie das hier, also zumindest am selben Tag, gibt es ja noch ein Projekt, das ist jetzt sozusagen gestartet und das kostet auch Unmengen an Zeit, kann ich euch sagen und ja, ich hoffe, das wisst ihr ein bisschen zu entschuldigen, dass da dann wieder ein klein bisschen ein paar Sachen wieder weichen müssen, ist immer sehr sehr schade, ich schaue auch unbedingt mal, was ich da jetzt mit Techity Town machen kann, dass das weiterkommt, ich hoffe erstmal, dass ich mit Debitoids und vielleicht demnächst ein, zwei Folgen aufnehme, dasselbe gilt dann auch genau andersweitig für die anderen Projekte, momentan mit Spark of Phoenix, habe ich da letztens ein paar Mal hin und her geschrieben, wir wollen ja auch aufnehmen, hatten jetzt dann zweimal sozusagen, oder haben einen Aufnahmetermin beide sozusagen nicht wahrnehmen können, also war ja Gott sei Dank da ganz gut gewesen, dass das beide nicht schaffen konnten an dem Tag und ja, da wollten wir jetzt auch wieder dann nochmal aufnehmen, das heißt Galaxy in meiner Runde mit Spark of Phoenix auch einfach nur mal, um mit Spark überhaupt mal was gemacht zu haben, freut mich zumindest schon mal sehr und ja, ich hoffe, das kommt auch zustande, weicht aber dann auch erstmal selbe gilt für Withem, ja, da sieht es momentan auch ähnlich aus, ist alles so eine Zeitsache, aber da, bei Withem steht noch eine Regelsache an, von daher ist bei Withem, ach komm, bei Withem steht bald halt ein bisschen mehr nochmal an, beziehungsweise da wird noch ein bisschen geschuftet, ähm, da müssen wir nämlich noch was ändern, wir ziehen mal hier in der Zeit, wo ich darüber rede, die Wall mal eben hoch, ja, muss ja auch mal sein, so, natürlich, ein Block hat es natürlich nicht mitgenommen, fantastisch, geht aber an sich ganz fix, komm schon, komm jetzt, oh, da habe ich noch eine Wand drauf gesetzt, auf jeden Fall, scheiße, ist der Turm hoch, ist das fällig, ist, da hat, sitzt da hier schon sein eigenes Dorf, wo die Leute im Hul liegen, da fällig gebaut und ich bin hier noch zugange, Nein, 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 einfach nein, 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 diesen Fehler an. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Oh nein. Ach Gott, auf jeden Fall, ich wollte diesen Party eher informativ einmal ganz kurz geben, damit ihr ein Update habt und damit alle Leute die Tech-Town jetzt weitergucken und sich fragen, hey, warum kommt jetzt da ein, zwei Tage wieder nix? Ihr wisst Bescheid, ich versuche mich jetzt da kurz mal auf Debitor zu warten wegen Aufnahme, um da halt auch wieder ein bisschen was zusammen zu machen. Vielleicht bauen wir dann auch in den Park, weil ich werde das hier nicht beheben können, glaube ich. Da muss ich mir was einfallen lassen für. Hier fehlt ein Block, der fehlt. Und ja, genau so, wie gesagt, bei den anderen Projekten, aber da gibt es auch ein kleines Infovideo für, sodass ihr wenigstens die Infos von allen Projekten habt, dass ihr da, wie gesagt, nicht im Dunkeln habt. Also, wie gesagt, nehmt das hier bitte als kleinen Infopart. Ich werde weitermachen und da ein Weihnachtsgeschäft läuft und ich bin sehr oft live. Also, wenn wer Minecraft bei mir einfach sehen möchte, wo es jetzt vielleicht nicht um das Projekt Tech-Town an sich geht, obwohl ich hier halt echt Bock habe, weiterzunahme, weil ich jetzt endlich was gefunden habe, was ich kann. Ich kann ihn überdimensional groß einfach bauen, wobei ich hier schon meinen ersten Fail hat wieder fantastisch Ich könnte kotzen. Ich könnte einfach kotzen. Auf jeden Fall, Leute, schauen wir beim nächsten Mal wieder rein. Dann hoffentlich mit Debitur, vielleicht bin ich dann auch woanders am Park am Arbeiten oder sonst wo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.